Folge deiner Nase. Das riecht nach Rindfleisch pur. Folge deinem Geschmack. Du wirst nur noch still und andächtig die Finger lecken. Folge deinem Griller-Instinkt. Für das Sandwich würde ich meine Mutter verkaufen. Ist das legal? Manfire Food und Man vs. Food. Sonntag ab 18 Uhr auf Pro7 Max. Untertitelung des ZDF.